Was? Wir brauchen eine Spitzhacke mit Kobaltniveau. Welche ist das denn? Eine Stahl-Axt oder nicht? Weiß ich nicht. Ach hier, warte, dass die Knochen abbauen. Nein, kein Burning Wolf, kein Burning Wolf. Ich gehe ja wieder in die normale Welt. Oh Gott, hinter mir ist eine Späne. Da kann man Knochen ausmachen. Oder Knochenmehl. Können wir Bogen hier draus machen? Ja. Wohin auf erst. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so haben muss. Ja, kannst aber im Inventar einfach herstellen. Was gibt das große? Das große gibt zwölf Stück pro Ding. Hall. Was ich da für meine habe. Weil dich aber auch keinen Bock hochzumachen. Ja, mache ich. Ah, okay. Irgendwelche komischen Shards. Sammeln das mal bitte auf mein Inventar. Ah, Magnet. Ah. Angeschifft, du musst nicht funktionieren. Ja, lass ist okay. Reicht. Nur die volle Masse ist okay. Wir haben jetzt über drei Sticks. Über drei Sticks Knochen oder drei Sticks Knochenmehl? Knochenmehl. Leicht. Wollen wir wieder rausgehen? Ah, ja. Würde ich sagen, ne? Ich muss halt mein Essen holen, einfach. Ich glaube, wir müssen ein paar Blöcke mal hinsetzen, oder? Dass wir nicht so weit... Sag mal vier Sticks Knochenmehl. Ich mach mal hier ein paar Blöcke hin. Aber nur damit wir nicht rausrennen, wie bekloppt. Lauf du... Lauf du... Lauf du... Obwohl der Platz eigentlich ganz gut ist, von hier oben zu starten. Warte mal, hier hat man doch irgendwo closed an, oder nicht? Ja, hier. Ah, hinter. Warte. Machst du. So, ja, ist doch nicht schlimm. Hauptsache krieg ich ein bisschen mit. Dann hab's. Okay. Da haben wir mir noch ne... Fackel hin. Dann haben wir alles, ne? Hat sich ja gelohnt. Für den kurzen Trip. Auch noch so sind... Immer noch nicht? Nee. Okay. Jetzt nirgends, wo's hohes sind... Oh Gott. Oh Gott. Soll ich nochmal zurückkommen? Oh Gott. Ne, das Portal ist hier ja noch. Ja, ja, ich komm nochmal zurück. Oh mein Gott, ich glitch hier rum. Nicht sterben, ne? Ja. Ne, ne. Ich hab nur rumgelisch. Das war nicht so toll. Das ist nicht geil. Sind das Vists? Ich glaube ja. Ja, das sind Vists. Okay. Fre... Freundliche. Freundliche. Komm her Hund. Oh. Bisschen Sol sind. Sol sind. Sol sind. Bin doch zu dumm zum Reden. Sau sind. Ja, so... Ja. Ja. Bin bestimmt am Arsch der Welt, ne? Jo, bin ich. Dann wird mir das nirgends eigentlich. Ficke Dich. Ja. Ich hab's gesehen. Die Bären sind toll. Oho. Oho, 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 oho. Nicht sterben. Danke. Nein! Voll ins Gesicht, errichte ich. So richtig bähmig, ich fresse, ne? Ich mag jetzt nicht so, so... Weißt du, im normalen Modus bin ich ja nicht so der Fan von. Dann gehe ich mal wieder runter. Wer denn disconnected? Wir sind nur zu zweit, weil WTF doch in der Hölle ist. So, dann pennen. Hab ich doch schon. Au! Hat weh. Ernsthaft. Du wart ernsthaft, hallo. Mein Grab, mein Grab. Oh man. Halt's Maul, aua. Maul, aua. Oh man. Oh man. Oh man. Rückruktionierter Gleiter im Nether. Ich hab's vorher noch nicht ausprobiert, hab mich grad einfach mal in den Abgrund gestürzt. Ernsthaft? Hä? Du hättest zu behindert. Du hättest sterben sollen. Oh, ich erinnere mich, wo ich meine Portalgun geschrottet habe. Portalgun geschrottet? Ja. Da hab ich die Portalgun in, äh... Ofen geschmissen auch so. Oh, Recycler. War das nicht der Ofen? Ich bin der Meinung, das war der Ofen. Äh, da unten ist Soulcent. Ja, cool da unten. Äh, sollen wir dahin teleportieren? Ja, schieß mir da ein Portal hin. Warte. Ah, das fehlt nix. Warte. 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 Die guckst uns rum. Hallo? Da ist das Licht auf dem Boden. Ja. Au. Oh, das war aber knapp. Warte mal, ich probiere mal. Ich muss mal irgendwo hin, dass ich da irgendwo... Das sind auch nix so zwei Blöcke oder so. Ne, das ist wohl. Ihr könnt herunterfliegen. er machte und dann stellt er irgendwo zwei blöcke auf ich von hier schießen kann aber jetzt deckt sich das auf hat ein portal hinter dir rechts von dir ich weiß nicht soll ich gleich ein bisschen mehr mitnehmen da hinten sind noch mehr büsche da vorne die büsche mitnehmen ja die büsche aus dem nether sind zwei uns gleich unglaublich toll die büsche aus dem nether will ja kann man auch mit saft mitmachen das weiß ich nicht ob man damit aber was willst du sonst damit was willst du sonst immer essen oder was ist mal ein jampus vergiftung für 30 sekunden regulation für sechs wie falsch ist das denn das sind effekt zwei sekunden regulation noch irgendwie falsch oder nicht ja vielleicht weiß ich nicht das ist für ein kampf voll doch kacke eigentlich nehmen wir mit ich nehme zwei steaks mit noch eine andere beere die gibt den stärke effekt das sind jetzt nicht die roten was soll das scheiße mann die manner generation ist so gärig äh ein growstone? guck mal hier null was? guck mal grabstein hier neben dir also neben dem portal ja guck mal hier 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 Vielen Dank.